Dieser traurige Hund wartete seit elf Jahren auf sein Herrchen. Schau dir unbedingt an, was als nächstes passieren wird. Viele von uns kennen wahrscheinlich den unglaublich traurigen Film Hachiko, in dem ein Hund jahrelang auf die Rückkehr seines Besitters wartete. Heute haben wir eine weitere reale Geschichte. Es ist eine unglaublich herzzerreißende Story, also schau unbedingt bis zum Schluss. Sie spielt in Russland, in der Stadt Tobolsk. Viele der Einheimischen erzählen gerne die Geschichte von dem treuen Hund namens Mischka. Der Hund hatte ursprünglich ein sehr glückliches Leben geführt und er hatte einen liebevollen Besitzer, der alles tat, was er konnte, um sicherzustellen, dass sein Welpe geliebt wurde. Jeden Tag ging Mischka und sein Besitzer an der Straße spazieren und dann in den Park, bevor sie sich wieder auf den Rückweg nach Hause machten. Eines Tages waren die beiden auf ihrem Spaziergang, als plötzlich Mischkas Besitzer in Ohnmacht fiel. Der Hund wurde krank vor Sorge und begann ständig zu bellen. Schließlich erregte er die Aufmerksamkeit von Menschen, die in der Nähe spazieren gingen und sie konnten einen Krankenwagen für den Mann rufen. Es dauerte nicht lange, bis die Hilfe eintraf und der junge Mann wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. Leider wurde in der Panik und Verwirrung der Hund am Straßenrand zurückgelassen. Ohne Wissen des Hundes verstarb sein Besitzer im Krankenwagen. Später am Tag kam die Schwester des Besitzers zurück, um Mischka von seinem Ort, wo er zurückgelassen worden war, zu sehen. Alle waren überrascht, dass der Hund einfach dort saß, wo sein Besitzer ohnmächtig geworden war. Fast so, als würde er auf die Rückkehr seines Besitzers warten. Die Frau war unendlich traurig darüber. Sie näherte sich ihm und nahm seine Leine auf. Sie wollte den Hund unbedingt zu ihrem Haus zurückbringen. Doch bevor sie losgehen konnte, begann Mischka an seiner Leine zu ziehen. Er wollte zurück zu seinem Platz an der Straße gehen und auf seinen Besitzer warten, bis er zu ihm zurückkommt. Und tröstlich über das, was sie sah, nahm die Frau den Hund einfach auf und setzte ihn in ihr Auto. Sie wusste, dass sie dem Hund nicht erklären konnte, was mit dem Herrchen passiert war. Aber sie hoffte, dass der Hund nach ein paar Tagen einfach alles vergessen hat. Aber das schien nicht der Fall zu sein. Denn am nächsten Morgen wachte die Frau auf und musste feststellen, dass Mischka aus ihrem Haus verschwunden war. Sie suchte überall nach ihm, konnte ihn aber nirgendwo finden. Dann fand sie aber ein Fenster, das nicht richtig zu war. Der Hund müsste es durch den kleinen Spalt geschafft haben. Sie befürchtete, dass Mischka weggelaufen war und sich möglicherweise sogar verletzen könnte. Die Frau sprang sofort in ihr Auto und suchte die Straßen nach dem Hund ab. Bis sie schließlich den Hund an der Stelle, an der sein Besitzer verstorben war, fand. Sie versuchte, den Hund zum Gehen zu bewegen, aber er weigerte sich einfach und knurrte sogar ein wenig, als die Frau an ihn herankam. Sie war sich nicht sicher, was sie tun konnte. Die Frau wandte sich von ihm ab und ging zurück nach Hause und ließ den Hund für die nächsten Tage alleine auf der Straße. Der Hund blieb auf der Straße und wartete auf seinen Besitzer, der leider nie zurückkehrte. Das erkannten viele der Stadtbewohner und einige versuchten sogar, ihn mit nach Hause zu nehmen und zu adoptieren. Aber jedes Mal würde Mischka einfach aus ihren Häusern fliehen und direkt zurück auf die Straße gehen. Der treue Hund war entschlossen, dass er auf seinen verstorbenen Besitzer warten würde, egal wie lange es dauert. Als der Hund sich nicht von seinem Platz wegbewegte, begannen viele der Stadtbewohner, ihm auf andere Weise zu helfen. Sie brachten dem Hund Futter und Wasser, damit er nicht verhungern würde. Das war jedoch nicht das einzige Problem, das den Einheimischen Sorgen machte. Denn die Winter in Russland waren sehr, sehr streng. Mit mehreren Metern Schnee und mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, wird es sehr gefährlich für das Tier. Mit dem ersten Schnee, der mehrere Tage lang fiel, bemerkten einige Leute in der Stadt, wie entschlossen Mischka war, an seinem Platz zu bleiben, anstatt sich einen warmen, trockenen Platz zu suchen. Der Hund rollte sich einfach zu einem möglichst kleinen Ball zusammen und wartete wie immer auf der Straße. Einer der Menschen, der dem Hund gerne helfen wollte, ging hinüber, um sich zu vergewissern, dass es ihm gut ging. Er stellte fest, dass Mischka vor Kälte fast unterkühlt war und dringend medizinische Hilfe benötigte. Der hilfbereiteste Freiwillige brachte dem Welpen schnellstmöglich zum örtlichen Tierarzt, wo er feststellte, dass er ein paar Tage bleiben müsste, um sich aufzuwärmen und wieder zu Kräften zu kommen. Aber sobald er gesund genug war, nutzte Mischka die Chance zur Flucht und kehrte zu seinem Platz auf der Straße zurück. Damit der Hund nicht noch einmal so leiden müsste, beschloss der hilfsbereite Mann, dem Hund seine eigene kleine Hütte zu bauen, damit er einen sicheren und warmen Platz zum Schlafen hat und trotzdem in der Nähe seines Platzes ist. Mischka war unglaublich dankbar und nutzte die Hütte jede Nacht. Während der Hund auf seinen Besitz erwartete, half auch jeder, der dachte, dass der Hund Hilfe braucht. Eines Tages saß er an seinem üblichen Platz, als er ein kleines Kind auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah. Mischka beobachtete, wie der Junge stolperte. In diesem Moment kam ein wilder Hund auf das Kinn zugesprungen. Der knurrte und die Zähne fletschte. Bevor der seltsame Hund dem Jungen etwas antun konnte, sprang Mischka ihm zu und begann, den wilden Hund anzuknurren. Er drehte sich erschrocken um und rannte weg, als die Gefahr vorüber war. Mischka drehte sich um, sah den Jungen an und leckte ihm sogar über das Gesicht, als wolle er dem Kind versichern, dass es ihm gut gehen würde. Der Hund blieb bei dem Jungen und ging mit ihm die Straße entlang, bis sie seine Mutter hören konnte. Sie rief seinen Namen und als der Junge mit seiner Mutter wieder vereint war, ging Mischka einfach zurück auf die Straße und setzte sich geduldig hin. Ein Dorfbewohner sagte in einem Interview über den Hund, ich habe das Gefühl, dass Mischka wieder Erwächter unserer Stadt ist. Wenn etwas passiert, kommt Mischka und hilft. Ich fühle mich sehr sicher. Denn mit den Jahren hat sich Mischka nicht ein einziges Mal von seinem Platz auf der Straße weggetraut. Er liebt seinen Besitzer vom ganzen Herzen und glaubt wirklich, dass der Mann zurückkommen würde, um ihn zu finden. Aber wie alle Lebewesen es tun, wurde Mischka mit der Zeit immer älter, bis schließlich das Unvermeidliche geschah. Es war der Winter im Jahre 2017. Mischka war bereits 13 Jahre alt, als einige Einheimische etwas Seltsames bemerkten. Sie gingen eines Tages die Straße von Mischka entlang, aber sie sahen den Hund nicht an seinem üblichen Platz und dachten, dass der Hund einfach einen Spaziergang gemacht hatte. Die Leute gingen relativ unbesorgt vorbei, aber nach einigen Tagen ohne Anzeichen des Hundes wurden die Anwohner zunehmend besorgt. Schließlich beschlossen ein paar Leute Mischkas kleine Hütte zu besuchen, um zu sehen, ob es dem Hund gut ging. Doch als sie sich der Hütte näherten, wurde ihnen klar, was passiert war. Der Hund war tragisch verstorben. Obwohl es ein sehr trauriger Anlass war, konnten sich die Einheimischen nicht anders für den Hund freuen, da er endlich wieder mit seinem geliebten Besitzer vereint war. Sie haben den Hund nicht weit von seinem Platz neben der Straße begraben und fertigten sogar eine kleine Gedenktafel für ihn an, die an einem Baum befestigt wurde. Und obwohl es so traurig war, dass der Hund gestorben war, wussten die Einheimischen, dass sie sich so gut wie möglich um ihn gekümmert haben. Dank dieser Menschen hatte der Hund immer etwas zu essen und zu trinken, sowie einen Warmplatz zum Schlafen. Aber jetzt würde er all diese Dinge auch im Jenseits wiedersehen. Was für eine schöne, wenn nicht sogar etwas traurige Geschichte. Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte an, wo ein Hund Tag und Nacht vor dem Grab seines Besitzers gewartet hat und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Und das war's für eine adapterische Geschichte. Vielen Dank.